Ja, Bitcoin und der Bullenmarkt. Wir nehmen heute am 29.10. auf und momentan, ja, die Bullen laufen wieder. Roman, was denkst du dazu? Ja, also aktuell sehen wir, dass der Kurs wieder hochschnellt. Wir sind jetzt beim Aufnahmezeitpunkt des Videos bei 71.173 Dollar. Das ist knapp unterm Allzeithoch von 73.800 Dollar etwa. Das haben wir jetzt dieses Jahr gesehen. Und da muss man aber auch zusagen, dass dieses Allzeithoch möglicherweise, natürlich inflationsbereinigt, eigentlich noch gar nicht das tatsächliche Wert Allzeithoch des Bitcoin ist. Und da können wir vielleicht auch ein bisschen einsteigen jetzt, warum das vielleicht so ist. Da gibt es ja verschiedene Bemessungseinheiten. Man kann zum Beispiel die allgemeine gemeldete Inflation mal rausnehmen. Dann sind wir noch nicht bei einem Allzeithoch. Ich glaube, das wäre dann bei irgendwie 78.000 oder so. Aber es gibt natürlich auch noch andere Bewertungsmaßstäbe, die viel interessanter sind. Zum Beispiel Gold. Weil Gold natürlich eigentlich so der Inflationsschutz immer ist. Und das ganz gut darstellt, wie die Geldmengenausweitung eigentlich war. Wichtig. Schaut jetzt bitte nicht nach Bitcoin-Gold. Da habt ihr nämlich so einen alten Ableger. Ganz was anderes. Darüber meint einfach, wenn man Bitcoin nicht messen in Euro, in Dollar, sondern in Gold. Was jetzt aber ein schönes Beispiel wieder ist zu sehen, dass sich die Gold-Jungs und die Bitcoiner gar nicht so unähnlich sehen. Wenn man sogar als Bitcoiner sagt, ja, Gold war lange Zeit das beste Mittel vielleicht, um sich gegen Inflation zu schützen. Das heißt nicht, dass es von jetzt auf nah komplett aussterben wird. Aber es gibt was Neueres. Das zeigt immer wieder, jeder, der sich mit Bitcoin beschäftigt, werft trotzdem mal einen Blick auf Gold. Vielleicht auch eine kleine Beimischung. Und jeder, der sich mit Gold beschäftigt, und das finde ich noch viel verrückter, wirft doch auch mal einen Blick auf Bitcoin. Und guck einen Schritt in die Zukunft. Du musst dich dann ganz ins Gold sofort weghauen. Aber vielleicht einen kleinen Teil auch umschiften. Man sieht schon, beides kann. Und nichts davon ist definitiv die falsche Lösung. Und ich habe jetzt gerade mal einen Chart rausgesucht, was du vorher angesprochen hast, wo man sehen kann, Bitcoin in Gold gemessen. Und interessant ist wirklich, wie du angesprochen hast, das Bitcoin-Gold hoch hatten wir hier bei, lass mich da hinfriebeln. 37 habe ich gerade gesehen. Genau, das tickt ganz kurz. Alter Mann, wackele ich hier. 37.000 oder 37,0231 am 21. Oktober 2021. Also in Gold gemessen. 37 Unzen für einen Bitcoin. Einen Bitcoin. Und in Gold gemessen, muss man ganz klar sagen, haben wir das Allzeithoch in Bitcoin noch nicht erreicht. Wir waren dann mal hier, jetzt wackele ich da wieder hin, bei 32. 33, ja. Und aktuell sind wir da ganz schön weit weg. Also wenn man dann plötzlich eine andere Maßeinheit nimmt, muss man sagen, ja, bis zum Hoch haben wir ja noch ein bisschen Luft. Heißt das also quasi, ja, der Dollar hat sich halt weiter stärker entwertet. Deswegen sieht der Bitcoin so toll aus. Wenn man es aber gegen ein härteres Gut wie Gold nimmt, hat Bitcoin noch mehr Aufwiderpotenzial. Genau. Das deckt sich übrigens auch mit den Zahlen von Google Trends. Aktuell ist das Interesse an Bitcoin erstaunlich gering. Was aber auch nochmal zeigt, was die Möglichkeiten aufzeigt, was passieren kann, wenn das Interesse steigt. Insbesondere was die Performance betrifft. Das ist natürlich jetzt im Moment gepaart mit einigen sehr spannenden Ereignissen. Wir haben in den USA zum einen steigendes institutionelles Interesse. Wir haben Vermögensverwalter, die gerade ihre Sichtweise auf Bitcoin verändern und auch ihren Vermögensberatern Handlungsanweisungen an die Hand geben. Hier können wir gleich vielleicht mal über BlackRock und die jüngsten Vorträge und Analysen von denen sprechen. Und wir haben die US-amerikanische Präsidentschaftswahl, die historisch gesehen bei Bitcoin immer relevant war. Denn nach der Wahl hat Bitcoin immer gut performt, neues All-Time-High angestimmt. Also das war wirklich eins zu eins mit der Wahl. Jetzt muss man auch sagen, es wird alle vier Jahre gewählt und das Bitcoin-Having ist auch alle vier Jahre. Und die Wahl ist immer genau in dem Jahr, wo auch das Bitcoin-Having ist. Aber es zeigt sich eben, dass bis zur Wahl der Kurs eher verhalten läuft und danach geht es ab. Und einen Grund dafür kann man natürlich auch politisch erklären. Vor der Wahl ist nicht ganz klar, wie die politische Richtung danach aussehen wird. Wird die Wirtschaft eher mit billigem Geld versorgt? Wird das eher straffer? Wird man vielleicht auf Konflikte hinauslaufen? Und ja, diese politische Unsicherheit ist natürlich für Investitionsmärkte im Allgemeinen immer etwas eher Schlechtes. Und ja, da kommt vielleicht dann auch beides zusammen. Das Halving plus eben die politische Klarheit nach der Wahl. Und da das jetzt gepaart eben mit der aktuellen Möglichkeit für institutionelle Bitcoin zu investieren über die Bitcoin-Spot-ETFs in den USA, kann dann extremer Startschuss für das Jahr 2025 sein. Das ist wieder so spannend, dass man immer sagen kann, im Nachhinein hat er alles, hat Naturschi Sakamoto alles genau so geplant, dass er deswegen den Zyklus genau auf die Wahlen gelegt hat. Im Nachhinein kann man viel rein dichten. Aber es gibt auch einfach vieles, wo man sagen kann, wenn es reiner Zufall ist, ja, es gibt auch Zufälle. Ansonsten scheint da auch manche Sachen durchaus geplant gewesen zu sein, warum er so einen Zyklus eingesetzt hat, warum der genau zu dem Zeitpunkt gestartet ist. Also es ist immer wieder spannend, wenn man sich solche Sachen anschaut und feststellt, sagt, ja stimmt, warum nicht alle vier Jahre Wahlen, Wahlen sind immer ereignisreich, da ist auch meistens im Jahr vor der Wahl eher am Aktienmarkt viel los, aber am Kryptomarkt merkt man auch, dass es interessant ist. Also wieder so ein Punkt, clever gemacht, Satoshi, wer immer du auch sein magst, wer es nicht ist, das wissen wir ja. Ich habe jetzt hier mal nochmal auch genau die Google-Trends angeschaut und genau da ist es auch so, wie du es gerade angesprochen hast, zum Bitcoin-Gold allzeit hoch, ja, 2021, da waren die Suchanfragen, das Interesse sehr, sehr hoch und warum ist Google da so wichtig? Und ganz einfach, du und ich, Lieschen Müller, die googeln halt danach, investieren dann halt einen kleinen Betrag in Bitcoin. Ein Fondsmanager, der wird nicht unbedingt nur Google heranziehen und der sucht dann vielleicht auch nur einmal, bewegt aber vielleicht ganz andere Summen als wir. Und hier sieht man einfach, wie die Masse sich momentan informiert und auch wenn die Masse vielleicht nicht den Riesenbatzen auf einmal anlegt, aber die Masse an sich, ja, der Schwarm, bringt trotzdem einiges dann zusammen und hier merkt man ganz klar irgendwie, ja, wir sind wirklich auf einem relativ niedrigen Niveau und das Interesse trotz, ja, wir sind kurz vor dem Allzeithoch, ist extremst gering. Ja, es ist wirklich Wahnsinn und wenn man jetzt mal sich vorstellt, man nimmt dieses Interesse, was jetzt gerade extrem gering ist, legt den jetzigen Kurs darüber und schiebt das Interesse auf das Interesse 2021 hoch, dann kann man sich ausmalen, was möglich ist mit dem Bitcoin-Kurs in der nächsten Zeit. Das ist natürlich kein Garant sowieso, aber einfach, um nochmal klarzumachen, noch ist das Interesse nicht da. Jetzt ist die große Frage, was kann das Interesse loslösen? Und da finde ich die derzeitige Situation in den USA hochspannend, weil es gibt immer mehr Analysten und Investoren, die in den USA oder die allgemein für den US-Dollar Probleme sehen, das Vertrauensproblem für den US-Dollar sehen und auch die konkurrierenden BRICS-Staaten als Bedrohung wahrnehmen. Und die BRICS-Staaten setzen gerade zunehmend auf harte Ressourcen, vor allem Gold. Aber, was jetzt auch nochmal klar geworden ist, insbesondere Russland, aber auch weitere BRICS-Länder öffnen sich jetzt massiv für Bitcoin und Kryptowährungen, um Sanktionen zu umgehen und auch allgemein Zahlungswege zu haben, die international funktionieren, wollen auch die Technologie-Branchen KI und Bitcoin-Mining weiter stärken. Gerade diese beiden Branchen sind interessant, weil die KI-Berechnung und das Bitcoin-Mining technisch gesehen sehr nah beieinander sind und man Infrastruktur, also nicht die Computer und sowas, aber ich sag mal Lagerhallen, Kühlsysteme, Stromanbindungen, Internet-Anbindungen, das kann man für beides super gut nutzen und kann dann auch zwischen diesen Prozessen wechseln, je nachdem, was gerade lukrativer ist. Und das will man gerade auch ausbauen und das zeigt nochmal, ja, die BRICS-Nationen gehen auch in diese Richtung. Die USA kommen da nicht herum und allgemein für die Amerikaner, gerade für die Wall Street, wird Bitcoin immer wichtiger. BlackRock als größter Vermögensverwalter mit seinem bekannten CEO Larry Fink ist natürlich da ein Aushängeschild. Die haben tatsächlich jetzt vor kurzem einige spannende Berichte gebracht. Also zum einen hat Larry Fink im Fernsehen jetzt schon einige Male erzählt, dass Bitcoin in vielen Ländern, die unter Hyperinflation leiden, ein guter Inflationsschutz ist und auch einen Schutz gegen totalitäre Regime bietet. Als der Hamas-Konflikt losging und die Konfliktsituation startete, konnte Bitcoin profitieren, was viel überrascht hat, weil Bitcoin sich da als Krisenwährung etablieren konnte. Da hat Larry Fink gesagt, das ist eine Flucht in die Qualität, also Bitcoin als Qualität identifiziert. Und jetzt hat BlackRock zwei hochinteressante Berichte veröffentlicht, also einen Bericht und einen Vortrag, der sich zum einen an deren Investitionszahlen orientiert, zum anderen aber richtet an deren Vermögensberater und Fondsmanager. Und zwar, dass wenn man mit einem Prozent Bitcoin-Allokation, wenn man ein Prozent Bitcoin in seinem Portfolio gehalten hat, dass man damit tatsächlich seine Cashreserven von 97 Prozent outperformen konnte, also die Inflation rausperformen konnte und sogar die Inflation nullen und sieben Prozent oben rausholen konnte. Das heißt, ein Risiko von ein Prozent, was relativ gering ist, holt ihr sieben Prozent Rendite. Und das ist eben etwas für Unternehmen, zum Beispiel Apple, die auf Milliarden Rücklagen sitzen, oder Microsoft, ein interessantes Geschäftsmodell, weil man da sagen kann, ihr braucht gar nicht viel Risiko eingehen, ihr könnt Bitcoin halten. BlackRock empfiehlt es, BlackRock sagt seinen Vermögensverwaltern, hey, das sollte in jedes Portfolio, ein Prozent davon. Und wir sehen jetzt gerade staatliche Pensionsfonds, zum Beispiel von Wisconsin, denen, die in die ETFs investiert haben. Wir sehen jetzt immer mehr Bundesstaaten, die pro Bitcoin werden und den eigenen Bürgern die Selbstverwahrung ermöglichen werden. Pennsylvania, nee, Minnesota. Minnesota war, glaube ich, nee, Minnesota war die Zentralbank. Pennsylvania möchte jetzt den Bürgern die Selbstverwahrung schützen. Das ist sogar von den, also das ist so ein Swing-State, wo Demokraten und Republikaner... ...staaten, die eigentlich die Wahl entscheiden, weil der Rest immer entweder Demokraten oder immer Republikaner wählt. Und diese paar Staaten, das sind das Zünglein der Waage. Genau. Und bei denen haben sogar die Demokraten, die eher Bitcoin-kritisch waren, für dieses Gesetz gestimmt. Das ist jetzt mit 176 zu 26 Stimmen verabschiedet worden. Man sieht einfach, die Amerikaner institutioneller Natur, regulatorischer Natur, politischer Natur, alle wollen Bitcoin gerade. Und die Rakete ist, wie gesagt, noch gar nicht richtig gezündet. Und wir sehen, es sind gerade so viele Gründe da, das ist wirklich stark. Was ich aber eine wichtige Frage finde, Larry Fink, Vermögensverwalt, die ganzen Institutionellen, haben die einfach jetzt dazugelernt und gesagt, verdammt, ich muss mich korrigieren. Oder haben sie jetzt einfach das passende Produkt, dass sie sagen können, komm, jetzt springe ich auf den Zug auf, jetzt habe ich auch was, was ich verkaufen kann. Jetzt sage ich halt auch, Bitcoin ist gut. Ich meine, das wird keiner wissen. Aber auffällig war es halt früher schon, dass es von einer Bank unterschiedlichen Meinungen gab. Die Analysten, die das Eigenvermögen verwaltet haben von einigen Banken, waren früher schon, ja, Bitcoin ist nicht das Schlechteste. Aber die im Sales-Bereich, die dem Kunden was verkaufen wollten, war das Schlimmste überhaupt auf gar keinen Fall, weil sie es nicht selber verkaufen wollten. Ich glaube, meine persönliche Meinung ist, das Thema Institutionelle, das Thema ETF-Anbieter, die finden es alle ganz toll und wichtig, muss man immer ein bisschen so betrachten, warum? Weil sie jetzt auch mitverdienen können. Davor mussten sie es schlecht finden, weil es ging an ihnen vorbei. Oder glaubst du, sie haben alle einfach dazugelernt und das System einfach mal verstanden? Das ganze Bitcoin-System. Es ist eine Mischung aus beiden, denke ich. Hätten sie es gar nicht verstanden und würden es nach wie vor für was ganz Schlechtes halten, würden sie es auch nicht anbieten wollen, weil der Image-Schaden natürlich damit einhergeht. Das heißt, es bedarf schon ein Verständnis, natürlich. Auf der anderen Seite stimme ich dir vollkommen zu. Wenn sie das eigene Produkt nicht verkaufen können, die Leute vorher über andere Plattformen da reinzutreiben, ist auch nicht schlau. Kann ich mir schon vorstellen, dass ohne die eigenen Produkte derartige Aussagen jetzt nicht getroffen werden würden und derartige Analysen auch aus dem Hause BlackRock nicht kommen würden. Man muss umgekehrt fragen, was ist schlecht daran? Und das ist ja auch das Spannende, was Bitcoin so besonders macht. Keiner von diesen Akteuren kann Bitcoin kontrollieren. Und das ist auch nicht so die große Gefahr, dass diese Akteure später die meisten Bitcoin halten werden. Die meisten Bitcoin, fast 60 Prozent, befinden sich nach wie vor in den Händen von Individuals, heißt das im Englischen, also Personen, Unternehmen, auf jeden Fall in Selbstverwahrung. Und es gibt eigentlich keinen guten Anreiz, ETFs zu kaufen für diese Individuals. Es gibt, wenn ein Unternehmen Bitcoin haben möchte, natürlich gerade keinen einfacheren Weg, als das über das bestehende, den bestehenden Portfolioanbieter über die ETFs zu tun. Das ist richtig. Aber ich sage da immer so schön, diese Vermögensverwalter, die halten am Ende nicht die meisten, sondern die teuersten Bitcoin. Und das ist eben der Punkt. Es gab Zeiten, da hat jemand 10.000 Bitcoin für zwei Pizzen ausgegeben, der Leslo Highest. Und heute sind 10.000 Bitcoin so viel Kapital, dass die meisten Unternehmen dieser Welt das nicht kaufen könnten. Und das heißt, ja, es werden sich Bitcoin zum Teil in zentraler Verwahrung befinden, aber bei weitem nicht der größte Anteil. Und selbst wenn das so wäre, selbst dann wäre eine Zentralisierung des Netzwerks nicht gegeben, weil das Halten der Coins nichts mit der globalen Infrastruktur des Bitcoins zu tun hat. Und dementsprechend sehe ich da keine Gefahr, um das vielleicht auch direkt vorwegzunehmen. Auch wichtig, die halten ja nicht für den eigenen Bestand, die teuren Bitcoins, sondern sie haben es den Kunden angeboten, die Kunden haben es gekauft. Das sieht ja immer wieder gerade die ETF-Zuflüsse, die sehen in den USA sehr, sehr gut aus. Deswegen haben wir auch den Titel hier so ein bisschen gewählt. Wer treibt den Bullenmarkt? Sind das momentan nur Instis? Oder gibt es halt doch in den USA auch viele, die sagen, ich kenne jetzt die Besteuerung von ETFs in den USA, habe ich gesagt nicht, aber die, die sich halt doch einfach sagen, ich mache es mir gemütlich und kaufe mir erst mal die ETFs ein, weil ich glaube, so ein großer Vermögensverwalter, es dauert einfach, bis die Fahrt aufnehmen. Ich weiß, da gibt es dann Gremien und Finanzausschüsse, wo beschlossen wird, was kommt wo rein. Und nicht alles wird vorab schon bekannt gegeben. Wie ist so deine Einschätzung? Glaubst du, da sind auch wirklich schon Instis, also größere Kunden dabei, sind auch schon Family Offices dabei? Oder sagst du, an sich sind es noch eher kleinere Beträge, das Größe könnte vielleicht sogar noch kommen? Wir haben ja diese 13F-Filings in den USA, wo Unternehmen, Hedgefonds, Family Offices ab einer gewissen Größenordnung verpflichtet sind, Auskunft der SEC gegenüber zu erteilen, quartalsweise, was sie so gekauft haben. Da waren durchaus ein paar relevante Große bei, die Bitcoin gekauft haben, aber in Größenordnung meistens so ein bis drei Prozent Portfolio wert. Das war zum Beispiel auch dieser staatliche Pensionsfonds von Wisconsin. Das waren, glaube ich, so ein Prozent des Managementwertes. Ich glaube, die haben damals so 163 Millionen oder sowas investiert. Das ist eben trotzdem interessant, dass das passiert und dass man das sieht und dass da so eine gewisse Entwicklung festzustellen ist. Jetzt aktuell sehen wir auch einen interessanten Fall. Es haben Aktionäre des Unternehmens Microsoft gesagt, wir wollen, dass Microsoft Bitcoin kauft. Sie haben den Vergleich zu MicroStrategy gezogen. MicroStrategy hat im Verhältnis zu Microsoft 330 Prozent performt, also plus gemacht. und die Institutionellen oder die Aktionäre sagen halt, wir wollen, dass Microsoft das macht. Die Antwort der Geschäftsführung war interessant. Die haben gesagt, ja, das wäre nicht notwendig gewesen. Wir befassen uns schon mit diesem Thema. Sie haben nicht gesagt, dass sie sich dagegen oder dafür entschieden haben, aber sie befassen sich definitiv damit und schauen sich das gerade an. Und wer weiß, vielleicht ist das gerade auch so der Startschuss. Denen ist natürlich bewusst, dass wenn ein Unternehmen wie Microsoft bekannt gibt, dass sie Bitcoin gekauft haben, dass das natürlich den Kurs auch massiv nach oben beeinflusst. Das heißt, ich kann mir vorstellen, sie würden das in einem Quartal machen natürlich, wo man, wahrscheinlich würden sie recht früh innerhalb eines Quartals kaufen und dann zum Ende hin das melden, dass sie gekauft haben, weil dann starten sie eventuell eine Raktion. Preis ist eben hochgetrieben, genau. Ja, und das ist eben interessant. Und vielleicht nochmal ganz kurz zu diesem ETF-Thema. Welchen Anreiz kann es geben? Also wie gesagt, für die Institutionellen denke ich, einfach weil die bestehenden Bankenportfolios schon da sind. Man muss sich vorstellen, wenn du als Unternehmen 30 Jahre lang Verträge und Gelder bei einer Bank oder einem Vermögensverwalter hast, dann gehst du jetzt nicht hin und sagst, ach ja, übrigens, ich finde das Bitcoin so interessant, ich ziehe jetzt irgendwie 20 Prozent meines Kapitals ab und schiebe das nach Coinbase. Also die werden sich diese Beziehung nicht verärgern lassen und so. Deswegen waren diese ETFs relativ wichtig für die Institutionellen, um einzusteigen. Das wird kommen. Dann gibt es jetzt in den USA aber auch noch einen Punkt, der interessant ist und das ist eine Veränderung in der Bilanzierungsmethodik, was Bitcoin betrifft. Das heißt, bislang war es so, dass sie einmal im Jahr das in der Bilanz ausweisen mussten und dann hat das die ganzen Geschäftszahlen beeinflusst. Mit der neuen Methodik dürfen sie es quartalsweise, ich glaube sogar monatsweise machen, dürfen dann aber vor allem auch den Bitcoin kaufen, die Performance von Bitcoin von ihren anderen Geschäftszahlen aktiv trennen. Und das führt dazu, dass das Risiko, dass Bitcoin in der Performance oder auch in Notverkäufen die eigentlichen Zahlen nicht beeinflusst, deutlich verringert ist und dass Institutionelle oder Aktionäre dadurch immer noch klare Geschäftszahlen haben und die messbar sind. Das war etwas, was zumindest viele Analysten aus den USA sagen, dass viele Unternehmen noch gehindert hat, Bitcoin zu kaufen. Und die Bilanz veröffentlicht wird und gerade zu dem Tag ist halt zum Bilanzabgabe der Bitcoin-Kurs besonders schlecht und dann sieht die Bilanz ganz doof aus. Fünf Tage davor wäre sie viel besser gewesen, fünf Tage danach vielleicht auch und das versucht man mit dieser Regel, was nämlich clever ist, etwas zu glätten, um das Risiko einfach für die Unternehmen rauszunehmen, diesen Schritt, glaube ich, zu gehen. Genau. Und dann haben wir ja gerade über die ETFs geredet und den Anreiz. Hier in Deutschland haben wir eine ganz spezielle Steuerregelung. Wenn man Bitcoin länger als 365 Tage hält, sind sie steuerfrei. Und bislang war ich immer der Annahme, dass alles, was nicht direkt Bitcoin ist, da nicht gilt. Also das dann nach einem Jahr. Und das ist auch so, bei Derivaten und so gibt es diese Haltefrist nicht. Aber bei ETPs, die Bitcoin-ETPs, wir können ja hier, muss man auch dazu sagen, in Deutschland die BlackRock-ETFs und so gar nicht handeln. Aber es gibt ETPs, andere Anbieter, die gibt es auch schon deutlich länger als die BlackRock-ETFs. Und dort ist es tatsächlich so, dass wenn man sie ein Jahr lang hält, auch die dann steuerfrei sind. Auch da kurz Reaktur. Es heißt offiziell nicht steuerfrei, sondern deine Bank muss dann Kursgewinne nicht an das Finanzamt melden. Das wäre die korrekte Aussage. Woher weiß ich es so genau? Wir als Börse Stuttgart haben ja ein Goldprodukt. Also Eulwachs Gold, da kann man physisches Gold kaufen, ab 100 Gramm kostenfrei sich zuschicken lassen. Und da haben wir zwei Produkte. Bei einem Produkt ist es nicht steuerlich positiv zu sehen, so wie du es gesagt hast. Beim zweiten ist es steuerlich positiv. An was liegt es? Nun, beim ersten Produkt haben wir immer nur 100 Gramm, weil sie Gold ausliefern können. Und du sagst, das Finanzamt, ja, aber was ist denn mit 112 Gramm? Die 12 Gramm, die kannst du nicht ausliefern. Und deswegen ist es alles zu versteuern. Wenn man aber angibt, ab einem Gramm auslieferbar, so wie mit dem zweiten Produkt, das wir haben, dann wird es eben so behandelt, dass die Bank steuerliche Gewinne nach einem Jahr nicht melden muss. Und genauso ist es auch bei ETPs auf Kryptos, auf Bitcoin. Da bitte nicht einfach sagen, juhu, ETP ist steuerfrei. Nein, schaut bitte ins Verkaufsprojekt nach. Da muss drinstehen, dass eine Auslieferung von Bitcoin, die wahrscheinlich nicht unbedingt günstig ist und nicht unbedingt schnell ist, aber dass die rein theoretisch möglich ist. Und dadurch werden diese Produkte meistens für das Finanzamt so gleichgestellt wie ein Direktinvestment. Deswegen muss die Bank von euch nach einem Jahr keine Meldung ans Finanzamt geben. Und dadurch wird es de facto steuerfrei. Aber es heißt nicht steuerfrei, sondern es heißt, die Gewinne müssen nicht gemeldet werden. Und dadurch gibt es auch keine Abgaben. Das ist eine wichtige Info. Und ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, ob wir in Deutschland gerade überhaupt einen von diesen ETPs haben, bei dem diese Regelung für Bitcoin gilt. Gibt es welche? Gibt es welche? Ja. Okay. Aber das einfach dazu als Besonderheit. Und jetzt natürlich, um das in die USA mal zu übertragen auf die ETFs, da ist natürlich die große Frage, wie da die Steuerregelungen sind. Da bin ich auch nicht so im Thema. Aber möglicherweise gibt es da Anreiz, aus steuerlichen Gründen eher die ETFs zu kaufen. Ist das oder nicht so ein Riesenvorteil, wie es bei uns eben der Fall ist, dass nach einem Jahr gar nichts zu versteuern ist? Ja, das ist ja sowieso nicht so. Das ist ja eh nicht so in den USA. Aber es gibt sogar einen Nachteil, das weiß ich ganz sicher. Und zwar ist es das Verfahren der ETFs, wenn du Bitcoin hältst und jetzt als Unternehmen aus welchen Gründen auch immer entscheidest, ah ja, super, jetzt sind die ETFs da. Ich möchte meinen Bitcoin einfach in ein ETF-Produkt überführen. Genau, dann hat ja die SEC, als die Bitcoin-ETFs bestätigt wurden, klargemacht, es gibt diese In-Kind-Methode nicht, dass du deinen Bitcoin zu BlackRock gibst und BlackRock dir dafür einen ETF-Anteil gibt, sondern das geht nur über die In-Cash-Methode. Du musst dein Bitcoin verkaufen, den Gegenwert gibst du BlackRock, die erstellen den ETF und kaufen den Bitcoin ein und der ist dann hinterlegt. Und das heißt, diese In-Cash-Methode sorgt dafür, dass es steuerlich extrem unattraktiv ist, wenn du bereits Bitcoin besitzt, diese jetzt in einen ETF zu überführen, weil du dann in dem Moment die Kursgewinne der letzten Jahre alle versteuern musst und das nicht unbedingt müsstest, wenn du das einfach nur das Bitcoin-Produkt tauscht. Also kann man jetzt mal sagen zum Titel, wer treibt den momentanen Bullenmarkt, zumindest laut Google-Anfragen, sitzt eher so danach aus, als wäre es teilinstitutionell. Wir sind auch der Meinung, wenn Google-Anfragen wieder steigen werden, vor allem wenn wir sehen, vom Bitcoin-Preis im Vergleich zu Gold, sind wir vor Höchstständen noch weit weg, dann könnte es durchaus sein, dass auch die Privat noch da ein bisschen die kleinen Anleger so schön Musik reinbringen, aber momentan wird es eher wahrscheinlich von der Insti-Seite betrieben. Was aber auch interessant ist, ja, wir sind im Dollar-Bereich nahe am Hoch, aber auch, ich habe jetzt mal eine Grafik zur Difficulty, also zur Absicherung des Netzwerkes, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist ja eigentlich das, was man sagen muss, wie sicher ist das Netzwerk momentan und auch da, ja, jetzt kommen natürlich wieder Kritiker und sagen, da wird Strom dafür gebraucht, aber wenn ich jetzt mal gucke, halt Difficulty irgendwo im 2021, hieß einfach, hätte sich die nicht gesteigert, die ganze Rechenleistung auf der Welt hat sie aber gesteigert, wäre das System theoretisch vielleicht irgendwann angreifbar nicht mehr so sicher gewesen, also muss die Difficulty steigen, wenn auf der gesamten Welt auch Rechenleistung steigt und wenn es nicht der Fall wäre, wäre Bitcoin auch definitiv nicht das wert, was es momentan ist, weil das Vertrauen dann fehlen würde, dass die Sicherheit da ist, dass die Blockchain unangreifbar ist. Die Thematik, wir sind jetzt hier fast auf dem Allzeithoch, ist das wieder, was man sagen muss, ist das besonders gut, ist das besonders schlecht, muss das einfach sein, weil sonst könnte der Bitcoin-Preis gar nicht weiter steigen, weil auch Anleger da drauf gucken, also wie stark ist die Verbindung Preis-Bitcoin und Bitcoin-Difficulty, die Verknüpfung zueinander oder eben die Nicht-Verknüpfung? Ich glaube, die ist nicht so stark, wie man denkt, einfach aus dem folgenden Grund, die meisten Anleger verstehen das Thema der Difficulty noch nicht, denke ich, also auch den institutionellen, denen ist das nicht bewusst. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob die hätte wirklich so signifikant steigen müssen, denn die Rechenleistung, die bei Bitcoin im Bitcoin-Netzwerk ist, die kann man nicht vergleichen mit Rechenleistung, die Google, Microsoft und andere haben. Man muss sich das so vorstellen, eine Mining-Maschine, also ein Gerät, das speziell für das Bitcoin-Mining gebaut wird, die hat die Leistung, ein heutiges Gerät hat die Leistung von 10.000 der teuersten Grafikkarten, die man kaufen kann. Kann aber keine Grafikkartenleistung darstellen, also keine Bilder abstellen. Exakt, und das ist eine Riesenbesonderheit, weil das bedeutet, wenn du das Netzwerk angreifen wollen würdest, brauchst du spezialisierte Hardware, die nur für das Mining von Bitcoin zu gebrauchen ist, für nichts anderes. Du kannst auch keine anderen Dinge für das Mining benutzen, du musst diese Hardware haben und der Angriff sorgt dafür, dass das Netzwerk wertlos wäre, das heißt auch deine Hardware wäre danach wertlos und du musst doppelt so viel Rechenleistung haben, als es gerade gibt. Also du musst als einzelner Akteur, um das Netzwerk anzugreifen, doppelt so viel Rechenleistung haben, als der Rest der Welt. Das bedeutet, selbst wenn sich die Leistung global, weltweit nicht signifikant gesteigert hätte, seit 2021, hätte irgendein einzelner Akteur so viel Rechenleistung kaufen müssen, wie es der Rest der Welt hat. Und die der Nachteil für die Tonne ist, wer das Thema genauer wissen möchte mit Danny, habe ich ja über dich kennengelernt, habe ich ein schönes Video zum Thema 51%-Attacke gemacht, wo er wirklich sehr schön erklärt hat, wie das Thema Rechenleistung, wie das überhaupt möglich ist, was überhaupt so eine 51%-Attacke bedeutet, wie lang die laufen muss, also etwas nerdig, aber ultra interessantes Thema, was ich damit beschäftigen will. Ich verlinke das Video auch irgendwo hier oder unten, schaut es auf jeden Fall an, er hat es verdient, weil das Video hat er echt super erklärt. Und auch mal von mir danke, Roman, dass ich ab und zu bei dir dabei sein darf und auch solche Leute kennenlernen darf. Ja, Danny ist sowieso ein Top-Typ und ich habe das Video zwar nicht gesehen, aber ich habe einige andere Sachen von Danny schon gesehen und da bin ich mir sicher, er hat das ganz hervorragend gemacht. Also gerne einfach mal reinschauen, wer sich da tiefer befassen will. Ich denke, da wird alles beantwortet. Was ich aber unglaublich spannend finde, dass wir noch kurz vor der Difficulty abschließen können. Ja, die Miner bekommen jetzt weniger Rewards. Trotz allem ist die Rechenleistung im laufenden Jahr ja durchaus noch mal ordentlich gestiegen. Das heißt, die haben mehr Rechenleistung reingepackt, obwohl sie eigentlich wissen, die Chancen oder die Erträge, die sie bekommen, die werden geringer. Das finde ich ehrlich gesagt schon verwunderlich, weil ich hätte einfach gedacht, okay, die kriegen jetzt weniger, einen halben Blockreward weniger als vor dem Hiving und dementsprechend jetzt noch mehr Hardware zu kaufen, um theoretisch weniger zu kriegen oder die anderen zu überflügel, finde ich ein bisschen verwunderlich, aber man sieht es auch hier, das Wettrüsten an Hardware geht weiter. Ja, das ist natürlich getrieben durch das tiefe Vertrauen in das Netzwerk, das in vielen Jahren noch da ist. Die wissen, dass die Hardware, die sie jetzt kaufen, die Bitcoin, die sie jetzt meinen und nicht ausgeben müssen, sich langfristig sehr gut rechnen können. Und dabei ist nur wichtig, dass das, was sie jetzt gerade meinen, dass sie günstiger Bitcoin durch das Mining erzeugen können, als sie es einkaufen würden. Weil sonst können sie besser das Geld nehmen und einkaufen. Dann brauchen sie ihre Mininganlagen nicht anstellen. Und ich weiß, dass es Miner gibt, die sogar bis zum Bitcoin-Kurs von 16.000 Dollar noch profitabel Mining getrieben haben. Und das heißt, wenn wir jetzt gerade bei 71.000 Dollar sind und das jetzt gerade mal eineinhalb Jahre später ist, dann wird es denen wahrscheinlich gerade sehr, sehr gut gehen. Und die können auch bei relativ guten Stromkosten noch Mining betreiben. Stromkosten wie bei uns aus der Steckdose sicherlich nicht, keine Frage, aber auch nicht so niedrig, wie man teilweise erwartet. Das ist dem Umstand geschuldet, dass die Hardware in den letzten Jahren massiv besser geworden ist. So langsam stellt sich auch so ein Punkt ein, wo die Verbesserung der Bitcoin-Hardware nicht mehr so signifikant steigt. Aber gerade dieser Generationssprung von S9 zu S19, S21 bei Bitmain und Äquivalent dann auch bei allen anderen, die es da draußen so gibt, der war schon enorm. Und so langsam kommen auch die wassergekühlten Geräte. Das Mining wird leiser, salonfähiger. Und das Mining ist tatsächlich wirklich auch im Stromnetz von Nutzen. Es gibt wirklich Bereiche, da kann es diese Unstabilität des Stromnetzes sehr gut auffangen, weil das Mining super schnell hoch und runter gefahren werden kann. Also mittlerweile mit spezialisierten Lösungen in unter einer Sekunde die Anforderungen von 10 auf 1000 Watt auf 2000 Watt steigern pro Gerät. Also es ist wirklich enorm. Also wichtig vielleicht auch, sie werden besser heißt nicht, dass die Rechenleistung besser wird, sondern die Rechenleistung bleibt manchmal vielleicht auch gleich. Aber der Energieaufwand dafür ist viel, viel geringer, was ja auch eine extreme Verbesserung ist, was wir jetzt auch demnächst hoffentlich, mal schauen, bei den nächsten Nvidia-Zahlen sehen werden, ob denen ihre Chips rauskommen, die ja genauso Rechenleistung besser werden, aber vor allem die Effizienz wird viel, viel besser. Genau. Man schaut dann immer nach, wie viele Hashes zu Joule, also zu Energieaufwand sind da möglich. Und je besser dieses Verhältnis wird, desto effizienter ist man. Jetzt ist es natürlich so, diese neue Hardware kostet dementsprechend auch mehr Geld. Man muss sie also länger laufen lassen, damit die sich amortisiert. Aber wenn sie sich dann amortisiert, dann ist einfach der Gewinn pro Kilowattstunde Strom, die ich reinstecke, einfach besser. So und so entwickelt sich das langfristig immer weiter. Das heißt, die gesteigerte Rechenleistung muss erstens nicht mal zwangsläufig mehr Stromaufwand bedeuten, wird es zum Teil mit Sicherheit, weil auch alte Hardware weiter betrieben wird. Aber das Verhältnis ist nicht eins zu eins zu sehen. Also das kann auseinanderlaufen, diese Kurve. Und das andere ist natürlich, dass wir Fiat-Investitionen mittlerweile haben. Und Fiat-Geld entwertet. Und wenn ich als Investor denke, naja, ich will eine laufende Einnahme haben, wie bei einer Goldmine oder so, und ich nehme jetzt einen Kredit, also ich entwerte das Fiat-System und stecke dieses Geld in ein Geschäftsmodell, das auf einem dauerhaft aufwertenden Geld aufbaut. Selbst wenn die jetzt gerade nicht profitabel sind, können die jetzt Hardware kaufen, und vielleicht sind sie es in eineinhalb Jahren damit. Dann ist es ein Investment für die Zukunft. Das heißt, durch diese Fiat-Welt wird dieses Mining natürlich gerade auch ein bisschen vorangetrieben. Das ist auch nochmal ein Effekt. Und wir wissen mittlerweile, dass es so langsam in die Richtung staatlichem Mining geht. Also wir sehen das El Salvador, wir sehen Bhutan. Da waren jetzt auch jüngst einige deutsche Bitcoiner im Königreich geladen vom König von Bhutan. Und die meinen tatsächlich aktiv Bitcoin. Die haben derzeit 12.500 Bitcoin auf ihrer Balance. Und dieses kleine Königreich, das ist direkt vom Himalaya, das hat bislang eigentlich ausschließlich vom Tourismus gelebt und macht sich dank des Minings finanziell unabhängig. Und ja, bauen das immer weiter aus. Die haben massive Energieüberschüsse dort und können das perfekt für sich nutzen und sind da richtig aktiv am Mining. Da gibt es auch Videos jetzt von der eine oder andere, der hat es vielleicht bei Alex von Frankenberg auf dem Twitter gesehen. Der stand dann davor und hat sich selber gefilmt. Das ist so ein Wald. Man sieht die Anlagen nicht richtig, aber man hört dieses riesen Mining-Geräusch. Und das ist wirklich quasi königlich-staatlicher Mining-Betrieb. Und dann gibt es die ersten Vermutungen, dass in China das tatsächlich gerade auch passiert, Russland ist mehr oder weniger auch aktiv dabei. Da gibt es jetzt keinen Bericht, dass die Regierung das macht, aber die Regierung arbeitet in Legitimierung mit Mining-Anbietern aus dem Land eben stark zusammen und will auch Bitcoin haben, um Transaktionen im Extremfall global durchführen zu können. Und jetzt gibt es dann das Netzwerk dann, ganz klar. Genau. Das heißt, wir haben jetzt verschiedene neue Akteure innerhalb dieses Mining-Spiels, weil einen Riesenvorteil darf man nicht vergessen. Wenn ich Mining betreibe, dann ist meine Investition nicht zwangsläufig direkt mit Bitcoin verbunden. Wenn ich Bitcoin kaufe von irgendwem, dann fließen die Fonds zu einer Adresse, das fällt auf. Dann kann es sein, dass irgendwer einen Geldstrom von Staat zu Bitcoin feststellt. Wenn ich Mining betreibe als Staat, dann sind meine Ausgaben für Rechenzentren. Und im Gegenzug bekomme ich frische KYC-freie Bitcoin, aus dem Netzwerk, die neu erzeugt wurden. Und dieser Anreiz, der kann es mir sogar mehr wert sein, als ein Bitcoin eigentlich gerade kostet. Einfach für die Anonymität bezahle ich dann. Aber sieht man nicht theoretisch nach jedem Blog, wer diese bekommen hat? Ich könnte also sehen, welche Adresse, die ich bisher noch nicht kenne, vermehrt mal was gewinnt. Ich weiß aber, ich hätte nicht, wem diese Adresse gehört. Exakt, das ist der Punkt. Vielleicht ein wichtiger Punkt zum Schluss, um das Thema Meinung noch abzuschließen, auch langsam das Video, weil du hast schon gesagt, du musst gleich wieder weiter. Ein paar Minuten haben wir aber noch. Sehr gut. Weil eins, wenn ich gerade schon von dir höre, das klingt ja nach, als Mining ist durchaus interessant. Wie stehst du zu dem Thema, wenn sich irgendwelche Menschen, irgendwelche Cloud-Mining-Anteile kaufen und dann den großen Gewinn damit erhoffen? Sagst du, versuch dein Glück oder sagst du eben normalverkauf lieber Bitcoin, da bist du besser dran? Weil ich kenne einige, die das gemacht haben und im Strich muss ich sagen, haben entweder einen falschen ausgewählt oder sie haben einfach, sie wurden über den Tisch gezogen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache keine Finanzberatung hier. Absolut. Keine Beratung, keine Empfehlung, keine Meinung. Aber ich gebe dazu wirklich, also meine Meinung ist, Finger davon lassen. Aus folgendem Grund. Als Privatperson hat man noch diesen großen Vorteil in Deutschland nach einem Jahr Bitcoin steuerfrei. Das ist sofort vorbei, wenn ich Mining betreibe. Schlagartig, weil du vor dem Finanzamt mit einer Gewinnabsicht, mit diesem Gut was machst und ich habe von Fällen gehört, dass es dann auch die privaten Rücklagen in Bitcoin betrifft. Dann ist diese Steuerfreiheit vorbei und keiner kann mir erzählen, Achtung, Bitcoin-Mining, ich bin kein Steuerberater, aber das sollte man sich eben klar haben. Bitcoin, wenn man sie zu versteuern hat, wenn man sie in unter einem Jahr verkauft oder du steuerpflichtig wirst, die verkaufst du mit deinem Einkommensteuersatz. Je nachdem, wie das du verdienst, das ist 44% oder so. Das ist ja die Norm. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das dann gilt, wenn du institutionell giltst, weil du Mining betreibst, dann kann es diese 27% oder 26,5% oder was sein. Aber was ich klar machen will ist, mit dem Mining erstmal sowieso den Bitcoin-Kurs outzuperformen, relativ unwahrscheinlich, sehr, sehr schwierig aus Deutschland heraus, insbesondere mit Mining-Anbietern und Management-Gebühr. Dann die Gefahr, du wirst institutionell eingestuft, also du musst alles versteuern, was du bisher besessen hast, kann gewaltige Steuersummen bedeuten, die du damit vernichtest, die du auch nicht reinverdienst mit deinem Mining und du hast ein Gegenpartei-Risiko. Also die Person, die dir das Mining anbietet und ich bin ehrlich und ich will auch niemandem auf den Schlips treten, der hier sowas macht und auch so ein Geschäftsmodell anbietet. Alle, die ich kenne und da sind mir auch jüngste Ereignisse zu Hause angekommen, sind nicht so, also da gibt es Probleme. Und ich kann in, ich bin seit 2013, beschäftige ich mich mit Bitcoin und auch intensiv und seitdem gibt es kein einziges Unternehmen, das es seriös langfristig geschafft hat, Cloud-Mining anzubieten oder ich kaufe ein Gerät und die betreiben für mich und das lukrativ und das ist lief. Also höchste Gefahr würde ich eher von abraten. Mit diesem Thema selber zu Hause Miner hinstellen, lohnt sich eigentlich auch nicht. Auch eher Hobby und in dem Sinne auch die Gefahr der Besteuerung. In den meisten Fällen hat sich wirklich eher gelohnt, Bitcoin kaufen liegen lassen, freuen, dass nach einem Jahr steuerfrei ist. Das lassen wir einfach mal als Schlussstatement stehen, weil ja, ich habe es schon angedeutet, wäre ich der gleichen Meinung und ich sage auch jedem, musst du überlegen, nur du musst halt dann vertrauen, welcher Anbieter und der war bisher gut, wird in der Zukunft gut sein und dann schreibt dir der, es gibt neue Hardware, das kostet wieder, deswegen wird das abgezogen. Kannst du das wirklich nachprüfen? Also es ist immer so ein bisschen... Selbst wenn du das nachprüfen kannst. Ich habe von Sachen gehört, dann werden Geräte aber auf einmal nicht aufgebaut, dann gibt es Probleme, dann dies, dann fallen die aus, dann das, ja, also ganz schwierig. Ich werde das Video mit dir auf jeden Fall teilen an die Personen, die mich das schon angefragt haben und die gleiche Wangen teilen. Roman, war schön, dass du die Zeit gefunden hast, war wieder ein interessantes Thema und mal schauen, vielleicht das nächste Video mit Glatze oder kurzen Haaren. Was passiert dann? Also, wenn wir die 100.000 Dollar sehen, dann werde ich mir eine neue Frisur überlegen müssen. Also tatsächlich, die Wette ist ja nach wie vor, bei 100.000 Dollar darf ich mir die Haare wieder schneiden. Ich kann dir gar nicht sagen, was das dann bedeutet, ja. Also selbst einen Zentimeter abmachen, wäre geschnitten, oder? Ja, jetzt kommt das nicht so korinthenkackhaft. Da würde ich schon so einen negativen Irokesen einmal reingefräst vielleicht. Boah, das hätte auch was, ne? Nein, also man muss halt sagen, man muss halt sagen, so langsam wird es leider eine Wette ohne Verlierer, weil ich habe mich echt an meine Haare gewöhnt. Ja, das ist das Schönste. Dann ist ja perfekt. Dann gehen wir wieder in die andere Richtung ganz kurz und dann machen wir die nächste Wette auf 200.000 und schauen mal, wie lange das dann bis dahin dauert. Das machen wir, das machen wir. Vielleicht, also ich verspreche jetzt nichts, bevor die Leute mich hier rum festnageln. Habt ihr gehört, 200.000 ist dann in die nächste Frisur fällig. Ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.